Wir haben eigentlich nur insgesamt vier psychische Grundbedürfnisse. Bindung, Autonomie und Selbstwertgefühl. Das Letzte, was wir haben, ist das Bedürfnis, Lust zu gewinnen und Unlust zu vermeiden. Es gibt ein Zitat, Freinachtige Jung, wonach die größte Last eines Kindes das ungelebte Leben der Eltern ist, beziehungsweise die unerfüllten Träume der Eltern. Wenn man sich in der Nähe beobachtet, sieht man bewegend Bilder, generell als Fantasies. Und Fantasie hat eine propere Realität. Das ist nicht zu vergessen. Fantasie ist nichts. Es ist natürlich nicht ein tangiblees Objekt, aber es ist ein Fakt, aber es ist eine Form von Energie. Es ist eine Manifestation von etwas. Der Traum ist eine Manifestation von der Unkönchengenheit. Wir succeeden in analysieren den Traum. Wir können eine Idee über die Macht, die Dinge wie das macht. A great deal of education geht durch die Storytelling. Der Welt liegt auf einer thinen Karte, und das ist der Psyche von Mensch. Nowadays we are not threatened by elementary Catastrophes. There is no such thing as an H-Bomb. That is all man's doing. We are the great danger. The psyche is the great danger. What if something goes wrong with the psyche? See? Wissenschaftlich tätige Persönlichkeiten, die dadurch in Konflikt mit ihrem Leben geraten, dass sie zum Beispiel die Sphäre des Fühlens komplett vernachlässigen, anauslos sind in dieser Hinsicht. Die kriegen dann eben Träume oder sogar Visionen. The man who is going by the external world, by the influences, say, society or perceptions, thinks that he is more valid, you know, because this is valid, this is real. And the man who goes by the subjective factor is not valid because subjective factor is nothing. No, that man is just as well based, because he bases himself upon the world from within. And so he is quite right, even if he says, oh, there is nothing but my fantasy, you know. And of course that is the introvert. And that's the introvert is always afraid of the external world with people that are in public life, that they have a certain way of presenting themselves. The performance of the persona is quite all right, as long as you know that you are not identical with the way in which you appear. At home, for instance, you are quite different from what you appear to be in public. Wir brauchen allgemeinere Vorstellungen, damit unser Leben sinnvoll wird. Wenn jemand das Gefühl hat und er von etwas wirklich überwältigt ist, dann wird er das begreifen. An guter Mann, das geht aber nicht. Genau das, ich denke, es ist krassig. 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 Jetztелюbe es krassig. Ich devi, meine Aufstellung. Untertitelung des ZDF, 2020